Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Wie ihr seht, habe ich einen Helm auf dem Kopf. Das bedeutet, wir werden gleich eine kleine Fahrradtour machen. Klein ist relativ, wir werden circa zwei bis drei Stunden fahren zu einem weiteren Wasserfall. Ich bin gespannt, wir teilen uns auf. Wir fahren mit einer kleineren Gruppe mit den Fahrrädern und eine weitere Gruppe kommt dann noch mit dem Auto, die bringen dann die Kinder mit. Ja, soviel erstmal zum Intro. Da ist auch schon der Tobi. Wir warten jetzt noch auf den Rest der Gruppe und dann geht es auch schon los. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann könnt ihr mit uns zusammen da hinfahren und gespannt sein, wie der Wasserfall aussehen wird. Und jetzt geht es auch schon los. Noch der Kutsche sagen. Nochmal. 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 Boah. Jetzt muss ich die Gruppe finden. Wir haben ein weiteres Gruppenmitglied jetzt auf der Straße aufgegabelt. Das andere haben wir gerade auf der Straße noch im Auto gesehen und wenn wir dann vollzählig sind, dann geht die Tour weiter. Ein Drittel der Strecke ist jetzt geschafft. Die anderen kommen jetzt nach. Wir sind also nur zu dritt unterwegs und den asphaltierten Streckenpart müssen wir jetzt leider verlassen und hier auf dieser Piste weiterfahren. Die wird auch noch deutlich gröber. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch irgendwie auf die Kamera kriege. Ich habe nämlich leider keine funktionierende Halterung. Die schüttelt es mir dann immer runter, die Kamera. Aber schauen wir mal was sich machen lässt. Jetzt haben wir doch noch einen aufgegabelt. Oder besser gesagt, er hat uns eingeholt. Die Piste hier ist jetzt schon deutlich rauer. Wird wahrscheinlich noch schlechter. Aber so ist es halt. Die Piste hier ist jetzt schon deutlich rauer. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke, dass ihr bis jetzt das Video angeschaut habt Hier gibt es noch das kleine Outro vom Wasserfall Wir sind ein bisschen in Eile Wir müssen jetzt schnell nach Hause Den Grund kann ich nicht nennen, aber es ist krankheitsbedingt Nicht bei den Personen, die hier dabei sind Aber jetzt heißt es Abschied nehmen vom Wasserfall, Abschied nehmen von der Radtour und Abschied nehmen von diesem Video Vielen Dank fürs Anschauen und dann bis zum nächsten Video Und dann geht's life an jetzt auch einfach Annual Mulher